Du kommst in deiner Karriere nicht wirklich voran, deine Follower-Zahlen wachsen nicht mehr oder du läufst sonst irgendwie gegen eine Wand. Dann habe ich heute einen Drei-Schritte-Plan, um jedes Problem zu überwinden. Also viel Spaß damit! Hi, ich bin Jannik von Adamant Music. Unsere Mission ist es, dir als Musiker dabei zu helfen, im modernen Musikbusiness so richtig durchzustarten. Dafür gibt es hier regelmäßige Videos zu sämtlichen relevanten Themen, wie zum Beispiel Musikmarketing, Business, Social Media, Releaseplanung, Spotify und vielen, vielen mehr. Falls du es also noch nicht getan hast, dann lass doch gerne ein Abo da und werde ein Teil der Community. Aber jetzt ab zum heutigen Video. Jeder von uns, ich inklusive, kennt das garantiert. Die Follower oder Hörer auf Spotify wachsen nicht mehr. Man rennt irgendwie gegen eine Wand und kommt nicht weiter. Das Problem ist scheinbar einfach nicht zu lösen. Genau an diesem Punkt ist, wie gesagt, eigentlich jeder mal. Entweder man lässt sich dann davon unterkriegen und gibt auf, oder man sucht eben nach einer Lösung für das Problem. Ich habe jetzt einen Drei-Schritte-Plan für dich, mit dem du so gut wie jedes Problem überwinden kannst. Also lass uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Damit ich dir die Methode ein bisschen anschaulicher erklären kann, lass uns das Ganze doch an einem Beispiel aufziehen. Aber natürlich kannst du das Ganze auf eigentlich alles andere auch anwenden. Nehmen wir einfach mal an, du kommst auf Instagram nicht voran und deine Follower stagnieren. Der erste Schritt ist jetzt natürlich erstmal die Identifikation der Ursache des Problems. Einfach nur zu wissen, dass deine Follower nicht mehr wachsen, bringt dich ja nicht wirklich weiter. Zunächst musst du jetzt herausfinden, woran das denn liegen könnte. Dafür gibt es ein paar Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst. Du könntest zum Beispiel mal deine Analytics bzw. Insights ganz genau unter die Lupe nehmen. Vielleicht fällt dir ja auf, wann dieses Plateau ungefähr begonnen hat. Eventuell kannst du dann mit diesem Zeitpunkt bestimmte Ursachen feststellen. Hast du in diesem Zeitraum deinen Content geändert, mehr oder weniger gepostet, irgendwie deine Strategie verändert? Das sind alles mögliche Ursachen, die dir in den Analytics auffallen könnten. Außerdem könntest du dir Feedback von deinen Followern oder von Experten einholen. Mach Umfragen oder bitte sie einfach mal um eine Einschätzung deiner aktuellen Situation. Vielleicht hilft dir so eine objektive Meinung ja dabei, der Ursache auf den Grund zu gehen, wenn du selbst nicht draufkommst. Natürlich ist aber auch abseits der Analytics eine rationale Selbstreflexion unbedingt nötig. Versuch dich selbst und deinen Content einzuschätzen. Was machst du gut und was kannst du vielleicht noch verbessern? Auch hier könntest du auf Ursachen kommen, die dein Wachstum einschränken. Schau dir hierzu auch gerne mal unser Video zum Thema Faktoren und Phasen des Fan- bzw. Follower-Buildings an. Das findest du hier oben. Abschließend könnte dir auch noch eine Content-Analyse weiterhelfen. Schau dir die Zahlen deiner Posts der letzten Zeit an, bzw. wenn du einen Zeitpunkt hast, an dem das Plateau begonnen hat, natürlich ab diesem Zeitpunkt. Funktioniert vielleicht irgendein Content-Format nicht mehr so gut oder die Interaktionen sind eingebrochen? Funktionieren irgendwelche Hashtags nicht mehr oder begrenzen deine Reichweite vielleicht sogar? Eventuell erkennst du hier irgendwelche Muster. Manche Ursachen sind offensichtlicher und manche eben nicht. Wenn du nicht sofort auf ein Ergebnis kommst, sondern einfach ein paar Vermutungen hast, dann notiere dir alle von diesen Vermutungen. Damit geht es nämlich dann zum zweiten Schritt, dem Finden und Umsetzen deiner Lösungsansätze. Auch hier gibt es natürlich verschiedenste Herangehensweisen. Kannst du deinen Content irgendwie optimieren? Entweder optisch, dass er insgesamt einfach ansprechender und professioneller wirkt, oder auch inhaltlich, dass es interessanter für deine Follower wird. Kannst du die sechs Faktoren der Follower-Gewinnung optimieren, die ich in dem Video erklärt habe, das ich dir vorhin da oben schon verlinkt habe? Wie in diesem Video schon angesprochen, sind das alles Zahnräder in einem Uhrwerk. Wenn eines davon hakt, dann kann dein ganzes Wachstum anhalten. Hier gilt also auch Analyse und dann Optimierung. Sehr gerne kannst du natürlich auch neue Ideen, Content-Formate oder Strategien ausprobieren. Du hast dir jetzt nicht mehr wirklich was zu verlieren, oder? Wenn du also irgendwelche Ideen oder mögliche Lösungsansätze im Kopf hast, dann probiere diese einfach mal aus. Vielleicht ist hier genau der Schlüssel dabei, der deine Blockade löst. Falls nicht, kannst du das neue Content-Format ja zum Beispiel nach einiger Zeit wieder einstellen und hast eigentlich nichts verloren, außer ein bisschen Zeit. Oder du probierst einfach mal eine neue Plattform aus. Könnte auch ein Weg sein. Vielleicht hat sich ja die Zielgruppe bzw. die Nutzerschaft der aktuellen Plattform geändert und du erreichst deine potenziellen Fans auf einer neuen Plattform viel besser. In diesem Schritt geht es einfach darum, dir mögliche Lösungsansätze zu überlegen und diese dann auszuprobieren. Wie gesagt, manches ist offensichtlicher, was du lösen kannst, manches eher weniger. Wenn du gar keine Idee hast, woran es liegen könnte, dann bleibt dir wirklich nichts anderes übrig, als einfach verschiedene Dinge zu testen. Zum Beispiel mal deine Hashtag-Strategie für zwei Wochen ändern und schauen, ob sich was verbessert. Deinen Content ein bisschen abändern und schauen, ob sich was tut. Irgendwie versuchen, mehr Interaktionen aufzubauen oder eine engere Fanbindung zu gewinnen. Content in einem anderen Rhythmus oder zu anderen Zeitpunkten posten etc. Das sind einfach alles ein paar Lösungsansätze, die du ausprobieren kannst. Wie gesagt, das Wichtigste ist, erstmal überhaupt die Ursache zu finden und dann musst du versuchen, diese zu lösen. Und vielleicht ein kleiner Hinweis noch zu diesem Thema, neue Content-Formate ausprobieren. Oder zum Beispiel auch eine neue Plattform. Es bringt dir erstmal so gut wie gar nichts, wenn du zum Beispiel ein neues Content-Format ausprobierst, das Ganze vielleicht zweimal hochlädst und dann denkst, bringt nichts, ich stelle es wieder ein. Wenn du was Neues ausprobierst, wie gesagt, egal ob Format oder Plattform, Strategie oder Idee, dann musst du das Ganze wirklich über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Du musst diese Sachen ja auch erstmal etablieren, lernen, wie das Ganze funktioniert und auch wie du es optimieren kannst. Wenn du dann nach ein paar Monaten siehst, dass es wirklich nichts bringt, dann stell es wieder ein. Aber lass dich nach ein paar Tagen bitte noch nicht entmutigen. Manchmal brauchen Dinge einfach eine Zeit lang, um abzuheben. Und auch hier noch ein kleiner Hinweis, wenn du aber merkst, dass bestimmte Dinge echt nicht funktionieren, dann sei selbstkritisch genug, das zu erkennen und dann auch mutig genug, diese Dinge auch einfach abzusäbeln. Wenn Dinge einfach nach Monaten nicht klappen und dadurch nichts vorwärts geht oder vielleicht deine Follower dadurch sogar rückläufig werden, dann stopp. Dann nimm dein Ego bitte ein bisschen zur Seite und sei so mutig, Dinge auch einfach wieder einzustellen. Wie gesagt, das sind einfach Lösungsansätze und Ideen. Manche klappen, manche eben nicht. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt, dem Überprüfen deiner Ergebnisse. Zeigen deine Maßnahmen die erwünschte Wirkung? Hier kannst du erneut super auf deine Analytics, Interaktionen, Umfragen oder Feedback von anderen Leuten zurückgreifen. Geht es wieder voran oder hat sich überhaupt was verändert? Wenn ja, super. Falls nicht, dann geht es wieder zum ersten oder zweiten Schritt und du beginnst von vorne. Dann versuchst du einfach einen neuen Weg zu finden, testest diesen wieder und überprüfst deine Ergebnisse. Das kann dir leider auch nicht wirklich jemand abnehmen. Natürlich könnte dir ein Experte vielleicht ein paar Lösungsansätze geben, aber das Ausprobieren musst du selber machen. Oft musst du einfach mehrere Schlüssel ausprobieren, bevor einer die Tür dann öffnet. Aber das Wichtigste ist nicht aufgeben. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann liegt es an irgendeinem Problem. Garantiert, deine Aufgabe ist es dann, dieses Problem bzw. die Ursache dafür aufzuspüren und zu lösen. Genau so kannst du eigentlich jede Hürde überwinden. Mit Kreativität, Fleiß und Durchhaltevermögen. Warst du auch schon mal an so einem Punkt und bist irgendwie wieder weitergekommen? Wie bist du dort wieder rausgekommen? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht können wir uns gegenseitig ein bisschen helfen und Ideen sammeln. Und ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.